Du schneidest das? Ja. Ich bin begeistert. Klappe. Hallo. Hallo Sandra. Servus. Du hast mich gefragt, wie du mir am Tisch gehst. Ja, das war vor der Klappe. Das war vor der Klappe. Wie geht's denn am Tisch? Gut. Ich kämpfe im Moment noch so ein bisschen mit meiner Müdigkeit. Mhm. Ich bin auf diesem Teil des Planeten noch nicht so ganz angekommen. Der Jetlag macht mir ziemlich zu scharfen. Ich war jetzt vier Wochen im Fitness aber gewesen. Da haben wir was ganz Aufmerksames gedreht. Und zwar die neue Puka-Casting-Show. Die demnächst auf ProSieben laufen wird. Die ist aber so geheim, dass du so leise reden musst, dass es keiner hört. Ganz kräftig. Kommt mal auf ProSieben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Kommt jetzt schon? Immer nach Stefan Rath. Okay. Der erste Ausstrahlungstermin ist der 30. März. 30. März direkt. Und unbedingt einschalten. Weil wir haben die geilste Jury der Welt. Wir haben was fürs Auge dabei. Sophia Tomala. Jungs schnallt euch an. Die Frau ist echt hoch. Wir haben noch was fürs Auge. Thomas Lamatsch. Nein. Kleiner Scherz beiseite. Wir brauchen natürlich einen alten Hasen. Eine graue Imminenz in der Jury. Die sich im langen Poker-Business auskennt. Und weiß, wie der Hase langläuft. Und dann haben sie noch einen gebraucht, der zumindest so tun könnte, als würde er das Spiel verstehen. Da kamen sie irgendwie auf den Now Yorks. Also bin ich auch noch dabei. Also insgesamt wird es eine richtig, richtig geile Show. Wir haben tolle Kandidaten. Und wer hat gewonnen? Die Mischung. Darf ich natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich kann es einschalten. Jetzt an sie schaust du noch Müdigkeit und brauchst den Tag, dass du... Ich hab die Tabetten gebrochen hier. Guck mal. Alles klar. Und ich komme jetzt in Fahrt. Du musst dir jetzt ein paar Chips abgeben an Julian. Aber geht weiter. Okay. Das heißt, wenn du den Tag über lebst, dann kannst du dich ausschlafen und... Also erst, was ich mache, ist ins Bett fahren und dann schauen wir morgen wieder. Okay. Und jetzt noch einmal, wann ist die Sendung? Am 30. Immer von Dienstag auf Mittwoch um die Uhr 15. Gleich nach Schleswig am Markt. Die kommt total. Und die erste Ausstrahlung ist am 30. Okay. Also kurz vor der EPT in Berlin. Unbedingt einschalten, das wird richtig gut. Ich werde es versuchen. Du hast doch EPT Berlin, oder? Ja. Also gleich danach. Okay. Cool. Oh War.